Vielleicht hätte man einfach den Großen nehmen sollen, dann wäre man schneller gewesen. Ja, der hätte man, glaube ich, nicht abkippen können. Stimmt, ja, 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 ja. Ging ja nicht, ne? Hättest du da drunter schaufeln müssen? Mhm. Mein Chef macht schon was ja nicht. Drunter schaufeln mit Kran, mit so einem harten Socken. So, ich begleite euch. Merkt er eigentlich, der Chef, ne? Der ist heute ganz ruhig. Mhm. Er hat mir letztens mal... Er konzentriert sich gerade. Er hat mir letztens mal erzählt, er möchte das mal ernsthaft spielen. Was? Ich habe auch von den Zuschauern gehört, die finden das gut, wie wir das spielen. Also sagen meine Zuschauer zumindest. Weil wir mehrmals erwähnt haben... Wie jetzt das hier nennen deine Zuschauer? Ja, echt. Weil wir mehrmals erwähnt haben, äh... Ja, wir nehmen das Spiel nicht ernst und so. Und das ist gar nicht ernst, voll kacke und so. Aber die wollen das eigentlich so. Hat immer schneller. Ich gucke aus dem Fenster, Jörg, wo bist denn du? Ich warte auf dich. Ach, guck mal, bei mir sind die Spiegel nur beim Beifahrer. Ich will dir doch... Was? Wo sind die Spiegel? Ja, beim Beifahrer... Die funktionieren aber nicht. In der Innenansicht. Beim Fahrer funktionieren die. Ist doof, ne? Ja. Da kommt ein Auto! Da funktioniert auch die andere Ansicht nicht, ne? Die normale so nach vorne rausgucken. Alter, finde ich... Ich bin bei der Josh-Familie geflogen. Aber es hat funktioniert, das kann keiner abstreiten. Wir sind nicht in England, ne? Ja, aktuell so... Der ist ausgewichen, der Auto. Macht der der Auto das auch? Ne, macht der nicht. Ne, wir machen das auch nicht, ne? Wir weichen nicht aus. Wir weichen nicht. Auch wenn da Bäume sind, wir sind härter als Bäume. Ach, das ist schön hier. Guck mal hier, Sägewerk und so. Im Sägewerk, lang Sägewerk. In 50 Metern rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Danach in 100 Metern rechts abbiegen. 100 Meter, das sind für mich nicht alle. Es ist mir egal, das ist so viel. Nein, ich wäre das gewesen. In 200 Metern rechts abbiegen. Danach direkt wieder rechts abbiegen. Danach sofort rechts abbiegen. Um auf B528 zu bleiben. Der Straße 3 Kilometer folgen. Danach geradeaus. Das finde ich auch das Sinnvollste. Der Straße 3 Kilometer folgen. Danach geradeaus. Jetzt rechts abbiegen. Danach sofort rechts abbiegen. Links der Dreck ist, ey. Danach sofort links und so. James. Da kommt doch locker durch hier. Ja, locker durch. Wenn ich da durchkomme, ich bin schon echt breit. Du bist nicht breit. Jumai, bin nicht breit. Jumai, da werden die Abort zurück. So, und jetzt laden Sie den Dreck da drauf kippen. Ey, ich lache jetzt, wenn die Blumen woanders hin müssen. Natürlich müssen die woanders hin. Latt mal aus. Sollten wir in den markierten Bereich. Wir haben... Ja, wir kippen einfach alles so irgendwie. So, 100%. Ja, Tatsache, das müssen wir nicht in den Bereich. Ja, guck mal, die müssen in den Pylonenbereich. Dumm gelaufen. Ja, dann fährt er mal weg. Hau ab. Wir haben alle gleich alle Fahrzeuge wieder beseitigt, der Dreck ist. Ja, ja. Der, der nicht gebraucht wird, wird beseitigt. Genau, schieb die alle mal da rüber. Aber wir dürfen ja nicht Absatzskipper machen, weil es ja, geht ja kaputt alles. Wer hätte den Schutt hier gleich liegen lassen? Wer hätte seine Erde liegen lassen? Schauen wir mal weg. Voll geil gemacht, der Schutt hier. Müsst ihr mal angucken. Schutt? Der ist voll geil gemacht. Schau mal, da kann sogar Reine stehen. Ganz ehrlich, ganz blöde Frage jetzt mal. Ja. Ja. Wir sind an der Baustelle, wo ein neues Haus gebaut wird. Ja. Wo kommt der Schutt her? Ich sag mal, an dem Haus, was da vorher stand. Ich finde es eigentlich viel interessanter, warum man als erstes das Blumenbeet baut. Ja, das finde ich auch im Falle mittenrein. Wo kommt denn das Haus hin, wenn das Blumenbeet mittenrein muss? Das ist das, was ich frage. Oh, da, 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 da ist ein Ding da. Guck mal. Ein Ding da? Ein, 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 ein Planierding. Oh, so eine Ritteplan... Oh, 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 ja. Oh, oh, oh. Ich hätte ja den kleinen genommen, aber gut. Ja, warte, den einen, den krieg ich glaube ich hier. Warte mal. Warte, wir, wir, wir sprinten einfach dagegen. Wir müssen ja den Typ da ansprechen. Boah, das sieht aber echt professionell. Das ist ja auch Hotelinhaber, der spätere. Oh, jetzt stehe ich hier aber auf den... Ne, hier, der ist noch nicht drin. ...bisschen zufrieden mit der Arbeit ihrer Beauftragten... Oh, jetzt hab ich die da hinten wieder raus in Schubs. Ne, passt schön, die stehen da drin. Ja, du, ich auch schon, wenn ich mich sagen muss. Ich werde so weiter, ich fett mich halt an und dann kipptest du da rein, aber im Prinzip... Ja, wir haben das bekommen. Wir bekommen 5200 Euro von mir. Warum ist jetzt alles weg? Ordnung. So. Weil jetzt, weil jetzt fertig ist. Ja, aber mal ganz ehrlich, was ist das? Wo sind denn die jetzt gepflanzt worden? Warte, sind wir nicht ganz fertig. Boah, das ist ein Vorarbeiteranspräch. Ne, wenn wir die Projektmanager sprechen, der Jo steht genau davor. Ja, das mach ich gerade. Retter in der Not. Naja, das ging ja schnell. Vielen Dank für die prompte Lieferung. So haben wir uns das vorgestellt. Wenn nur alle Unternehmende zuverlässig und zügig arbeiten würden, wie Sie. Das steht ja immer. Geil. Beim nächsten Mal wenden Sie sich am besten gleich an uns. Okay, das werden wir sicher. Welche Art von Aufträgen führen Sie denn sonst noch so durch? Neben Garten und Landschaftsbau übernehmen wir auch Bauaufträge, jedweder Art und Größe und hin und wieder Spezial- oder Eiltransporte. Hm, Bauaufträge, sagen Sie. Das wäre doch eine Überlegung wert. Sie müssen wissen, dass die Hoteldirektion direkt vier Luxusstrandhäuser dort direkt drüben neben dem Hotelplan. Ich denke, sobald die Ausschreibung rausgeht, werde ich sie da für eine Kenntnis setzen und werde in Zukunft nicht loben damit. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Tschüss. So, alle raus. Ja, ja, muss auch raus. Na, schade. Jetzt haben wir das Hotel gebaut, oder was? Ja, warte, warte, warte. Sobald wir weg sind, haben wir das Hotel gebaut. Und? Boah. Ah, Bereich freigeschaltet. Ferienhäuser. Äh, wir haben dann nur die Gartenanlagen gebaut. Guck mal, das Spiel weiß voll Bescheid. Schließe zehn Bauvorhaben, komplett alleine. Ja, aber ich komme hier gar nicht rein in das Ding, komm dir ja auch nicht rein. Oh, guck mal, der ist ja der Spielplatz. Ja, das ist mir gar nicht rein. Ich weiß ja nicht, wo wir die ganzen Utensilien daher haben. Ja, aber wir haben gerade gesagt, die haben wir doch gar nicht angeliefert. Das haben wir im Schutt gefunden. So, guck mal, das haben wir angeliefert hier. Die, die zehn Dinger, die hier gepflanzt sind, das sind mehr als zehn, aber die, die hier gepflanzt sind, die haben wir angeliefert. Ja, ich springe auf. Oder auch nicht. Ja, komm, komm, komm. Komm, komm doch nicht. Ja, sag mal, mach mal Räuberleiter. Ja, ja, ja. Und? Noch einer? Komm, komm nicht hoch. Mach mal mit Anlauf. Okay. Ich will dann sicher mich mal, klicken auf Ladung sichern. Oh, du Arsch. Kein Gericht. So ein Dreck ist, ey. Ja! Ja! Nein! Komisch. Erstladung sichern. Ja, was ist das denn? Oh, meine Schuhe sind aber glatt. Hier hätte man mal streuen müssen auf der Ladefläche. Ja, ja. Warte, wir müssen einfach mitlaufen in Fahrtweg. Kann man denn die Ladung nicht hören? Mit F eigentlich. Die Menschen sind gar nicht sicher. Pharma, wir laufen einfach mit. Ja, 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 ich hab' ja auch nicht Gas, ne? Ja. So, haben wir jetzt einen neuen Auftrag? Ja. Ah, wo? Abschneiden vom Umzug in die Stadt. Guck mal, vier Makler ansprechen. Ja, dann fahren wir doch mal los. Ich komme mit. Mehr oder weniger. Josh! Ja! Hier ist das Schwertransportfahrzeug. Wo? Das bauen wir nicht einfach hierhin. Äh, das bauen wir nicht einfach hierhin. Äh, da. G. Als Passagier einsteigen. So, was müssen wir tun? Vorarbeiter ansprechen. Ähm. Warum ist denn das auf einmal so laut, ey? Makler ansprechen, Vorarbeiter sprechen. Oh, James Ciacotti. Wir wollen doch nur den Typ da ansprechen. Ja, ich hab' den doch schon angesprochen. Ja, dann machen wir mal fertig hier. 100%. Makler ansprechen. Makler ansprechen. Boah, geil. Boah, haben wir einen Abschnitt abgeschlossen. Das ist total geil. Julian, fahr mal zum Makler. Vorarbeiter ansprechen. Och, echt. Alter, verdammt. Ey, echt Spaß dran, gell? Dann zieht der den Vorarbeiter an. Der hat echt, der hat echt Spaß dran. So, dann gucken wir mal. Gehen wir da mal. Dir wird das Recht genommen, dich zu beschweren, okay? So. Verpiss dich da mit deiner Karre. Hey! Ich bin zuerst da. Alter, Latz. Alter, Alter. James? Weißt du, ihr wolltet das doch nicht ernsthaft spielen, oder? Ja, es gibt einen Unterschied zwischen Spaß und... Was war das andere? Was ein Dreck ist der Kerl? Mach dir den! So. Wir versuchen den Vorarbeiter anzusprechen. Wir wollten zur Baustelle fahren. Alter! Ist ein Highlight. Wo sind die überhaupt? So. Durch den Tunnel. Durch den Tunnel ist man jetzt durch. Das Rose Tunnel. Das Rose Tunnel. Ah, hallo. Boah, das Sound hier drin ist anders. Ist das geil. Das Rose Tunnel. Das haben wir im letzten Mal schon festgestellt. Alter, ist voll laut hier drin. Kann ich irgendwie Licht machen mit L? Nee. Hat er nicht? Ist hier kein Licht. Das ist traurig. Wie ruhig der James ist. James, warum ruhig? Ja, der James fährt gerade. Warum ist denn der James eigentlich so ruhig? Heute. Wie ist das los, James? Der fährt mit seinem Auto gerade. Hast du Probleme oder was? Du kannst gerne mit uns über alles reden. Das weißt du. Ja, wir sind immer für dich da. Alles gut, alles gut. Wir haben immer ein offenes Ohr und... ...was anderes Offenes für dich. Genau. Kurve. Wo seid ihr eigentlich alle? Wir fahren Richtung Baustelle. Was für ein Tunnel. Ah, ich fahr die Brücke runter. In the town. In the town. Wär auch was boh. In the ghetto. In the ghetto. In the ghetto. In the ghetto. Was fahren die alle so langsam, diese Dreckester? In the ghetto. Die Stadt ist schon schön, ne? Oder? Ja. In the ghetto. Ich bin ja eher Dorfkind. Ich nicht. Ein Opel. Also ich eigentlich doch auch Dorf. Ein Opel. Ich bin ein aufgewachsenes Dorfkind. Guck mal. Ein City Center haben die hier. Mit McBurger. Boing. Ja. Wie war das, die Brücke runterfallen? Haben wir noch drüber gedacht? Wer hat nicht gerade so krumm... Ist das dein Ernst? Wir lachten drüber. Doch es passierte uns auch. Flups. Und schon waren wir... Und als es passierte, konnten wir es nicht kommen sehen. Ich habe hier so eine Trulla, mit der ich gerade rede. Ja, das ist wahrscheinlich der Makler. Ja, sagt nicht, wir müssen jetzt wieder woanders hinfahren. Hallo meine Herren, mein Name ist Ming. Wir hatten telefoniert. Schön, dass Sie es einrichten konnten. Ich glaube, ich habe hier das perfekte Gelände für Ihre Ansprüche gefunden. Hallo, schön, Sie kennen zu lernen, Frau Ping. Mein Name ist Bodo. Frau Ping. Wir sind schon sehr gespannt, was Sie für uns haben. Können Sie uns mal die wichtigen Informationen geben? Ja, sehr gerne. Dieses Gelände hat vorher einem großen Fahrzeughändler gehört. Sie sind vor kurzem pleite gegangen. Oh, wie schade. Das Gelände bietet bis zu 24 Stellflächen, eine separate Werkstatt und repräsentatives Verhaltensgebäude. Ja, ja. Wir kriegen ein neues Firmengelände. Neben dem überaus großzügigen Platzangebot ist auch die zentrale Lage direkt in der Stadt, sowie die direkte Nachbarschaft zu einem Baustoffhändler und dem Hafen und dem City Center. Super. Das ist aber großzügig. Das hört sich ja großartig an, wie wir vor uns gemacht haben. Das ist ja großzügig. Das ist ja großzügig. Das ist ja großzügig. Ich wollte vorher noch mal kurz mit meinem Kollegen besprechen. Äh, Papa, was meinst du? Sollen wir dann den Shit hier machen? Papa? Ich weiß, das klingt nach viel Geld und einer großen Verantwortung, aber ich glaube, wir müssen das jetzt machen. Wir sind sonst zu eingeschränkt in unseren Möglichkeiten. Vertraue mir, das ist der richtige Weg. Lass mal 10.000 Monate raushauen. Ja, das Gefühl habe ich auch. Dann ist es beschlossen. Wir ziehen um, Frau Ming, wenn Sie so freundlich wären, alles Nötige zu veranlassen. Sehr gerne, meine Herren. Die nötigen Papiere werde ich Ihnen sofort fertig machen. Und hier sind schon mal die Schlüssel und das Filmgelände und super, alles unser. Yay! Das ist unser Logo. Ist das hier unser Logo? Ja, das ist unser Logo. Schlons und Partner. Ja, dann haben wir jetzt eine neue Firma. Schlons und Partner? Schlons und Partner. Schwanz und Partner? Nee, Schlons. Jürgen, herzlich willkommen bei Schlons und Partner. So, was müssen wir jetzt machen? Jetzt. Vorarbeiter. Schlons und Partner. Wo ist denn der schon wieder? Hier. Der steht direkt hier. Ja, mach, 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 mach doch mal. Oh. Mensch, Bagger, Joe. Ich bin wirklich stolz auf dich. Ja, mach, 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 mach. War die richtige Entscheidung. Ja, das glaube ich auch. Ach, da sind die Farbplätze. Sag mal, was ändert sich denn durch den Umzug an, äh, an unserer Arbeit? Nichts, wir werden immer noch kacke arbeiten. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Ja. Mit der Übernahme dieses Gebäudes kommen nun monatliche Kosten auf uns zu. Oh. Und wir natürlich erst mal erwirtschaften müssen. Auch Fahrzeuge und unser Personal. Na, ursprünglich. Wann ist denn ein Monat überhaupt rum? Ich bin Hulk. Ich schalte mich auf. Nehmen wir mal berechtigte Frage mal, was ist denn ein Monat hier im Spiel? Oh, keine Ahnung. Es wird ja nicht hell und dunkel oder so. Hätten wir nicht den, äh, den, 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 den Bagger, müssen wir den nicht nur abholen? Ja. Im Bereich Firma, im Bereich Firma und Finanzen. Alter, aber diese, diese Parkplätze sind ja echt für Loops gedacht. Ich wusste doch, dass die Sache ein... Ey, das sind Frauenparkplätze. Ja. Aber gut. Dann werde ich mich vertraut machen. Gehört ja dazu. Er wird sich vertraut machen. Guck mal, da hinten ist der Hafen, ey. Und ich habe keinen Zweifel, dass du das schaffst. Guck mal, hier kann man den Kran auch abstellen. Goil. Ja, Quatsch, wir mal schnell damit gehen. Und hier die Einkäufe. Cool. Okay, dann los. Ey, gehört das da unten auch noch dazu? Fahrrad, den Absatzskipper auf dein Firmengelände. Haben wir doch. Ja. 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 Ja.